Hallo meine Lieben! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Video. Ich bin in Steinhausen angekommen und für mich ist heute Hairday. Ich bin sehr verzufrieden mit meiner Frisur. Ich fand das eigentlich immer ganz toll. Aber wir, vor allem Frauen, können das. Plötzlich hat man wieder mal Lust auf etwas Neues. Und so geht es auch mir. Ich habe Lust auf wieder mal eine neue Frisur. Für mich gibt es heute ein Umstyling und ich freue mich riesig. Und zwar bin ich hier in Steinhausen beim The Place Hair & Spa Salon. Der Salon gehört in einer langjährigen Freundin von mir. Ich bin schon mal da und habe gesagt, wow. Wenn ich das nächste Mal hierher komme, muss ich einfach die Kamera mitnehmen und euch den wunderschönen Salon zeigen. Ich habe noch nie so etwas gesehen in der Schweiz. Das ist unglaublich toll. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hoch, dass ich pünktlich zu meinem Termin komme. Ich zeige euch den Salon und natürlich mein Vorher-Nachher. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe dich. Choricexper Arc. Choricexperyen, 2,5-10, 5-10, 5-10, Zeigungs- und 5-10, auf alle Schönehe an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.